Boah! Hier ist auch noch so safe, weil vorhin war Gott da vorne nicht so... Ja, da kommt hier immer durch, ne? Komm schnell, gehen wir durch. Boah, da wieder kommt. Ich höre ihn noch nicht. Geh mal, geh mal. Schnell, schnell, schnell. Geh mal zu unseren Vasen, eh. Die Vasen... Die Vasen fand ich sicherer. Ne, da war nichts mehr so schlecht. Hm... Das Spiel... Also dieses Level jetzt ist echt schwierig. Hm... Weil da Hammer finden ist da echt... Alter, Mann. Interact. Open inventory hold. Was denn? Was soll ich denn machen? Soll ich hier mit nem Dings hier brauchen? Nein, das kann ich nicht. Wir brauchen fucking Hammer, ey. Ich kann nur interagieren, ne? Hier hat's gar keinen Hammer. Was sollen wir denn finden? Schon wieder Rauch? Kein Ernst? Hm... 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 Was steht denn auf dem Zettel? Eine der Vasen in diesem Raum enthält etwas, aber sie ist so schwer mit der Hand zu brechen, dass du etwas anderes brauchst. Vielleicht ein Hammer. Hm... Wir waren schon richtig an dem Punkt, ne? Mhm... So falsch kann das ja nicht sein. Hier hinten ist nix. Kann man sich nur verstecken. Was ist denn hier? Hallo? War du? Jo. Ah. War grad sowieso. Wo bist du? Sollen wir jetzt wieder zurück? Aber zurück hat ja nix gebracht. Ja, weil die Keycard haben wir ja auch nicht. Ja. Und wo die Tür ist, kein Plan. Haben wir keinen Schlüssel. Die Vase haben wir keinen Hammer. Hm... Ist ein bisschen schwer. Und einfach so aufhören geht ja auch nicht, oder? Nee. Oder doch? Hm... Mein Gott. Dieses Spaghetti-Ding habe ich lange nicht mehr gesehen. Aber sei Dank. Hier ist nix, ne? Was ist denn jetzt aufgegangen? Verdammt nochmal. Dieses verdammte Ding hier. Basen! Sag doch mal was. Helft uns doch ein bisschen. Oh mein Gott, Alter. Wenn ich doch nur wüsste... Ja, eben, oder? Wir brauchen wirklich einen Hammer, ne? Ja, anscheinend. Ja, schrei nicht so. Wissen, dass du da bist. Mein Gott. Oder ein Gemälde. Nein, Alter. Das war... Das war... In einem Gemälde habe ich noch gar nichts gesehen. Na da, was ist das? Naja, wunderschön. Manchmal gibt es das Rauch, aber für was das gut ist? Kein Plan. Gott. Schon wieder Rauch. Was soll das sein? Hm. Oh, blablabla. Scheiße, lass mich erschrocken. Jetzt bin ich wach, ey. Vielleicht kann man hier irgendwie was öffnen. Scheiße. Opa. Hopp. Unruf. Lufth, Lufth, Lufth. Häm. Hm. Werkzeug nach oben drauf. Ja, aber ich habe ja auch Werkzeug... Ich habe ja eine Nase, ein Auge, einen Schraubenzieher. Was da Schraubenzieher ist? Kein Plan. Und Zange. Ein Zange. Ist das Einzige, was das zwar... Wollen wir einfach zurückgehen, gucken wir mal was finden. Ich könnte nicht Zange. Ich könnte nicht Zange. Hier haben wir alles geguckt. Der Ort ist safe. Hier kommt immer der Spaghetti-Mann, Alter. Muss mal aufpassen. Ist nochmal hier drin. Hier war das Pferd, ne? Genau, hier ist es aber sehr dunkel. Schade eigentlich. Pferd. Pferd haben wir geschafft. Hier gibt es nicht mehr zu holen, ne? Hier ist fertig. Ende Gelände. Kann man sich noch verstecken? Das ist gut zu wissen. Ich habe Barto alleine gelassen. Geht's einfach weiter. In einen anderen komischen Raum. Jetzt ein Locker. Was ist das hier? Ich habe noch einen Weg gefunden, Barto. Gott, ich habe das Gesicht gesehen. Ich habe schon wieder aus den Augen verloren. Ja, voll. Weiß ich noch, wo das Pferd war? Ja, so bloß wie es sich probiert. Da ist ein Gesicht. Oh, du darfst mich hinschauen. Ja, ich darf auch nicht gucken. Wo bist denn hin? Jetzt wieder da bei dem einen Schrank. Oh Gott, hier ist schon wieder Rauch. Ich gehe jetzt in den Schrank hinein. Jetzt wird nämlich rot bei mir. Oh, er kommt, er kommt. Versteck dich. Er ist von mir vorbeigegangen. Da bin ich sicher wieder. Ich habe ihn nicht gesehen. Okay, wo bist du jetzt genau? Kannst du es vielleicht beschreiben? Ein Raum, wo ein Schrank ist zum Verstecken. Und ein Schrank, wo ganz viel Luft ist. Ich glaube, ziemlich in der Nähe von dem Raum mit dem Pferd. Okay, dann komm beim Gang nochmal zurück. Also nicht dort, wo wir schon waren. Sondern zurück. Nicht dort, wo sie schreit. Sag mal so. Hier bin ich. Hier bin ich. Hallo. Hier bin ich, ja. Wo ist denn hier ein Gesicht? Das Gesicht ist so in diese Richtung alles geradeaus. Hier, guck mal. Hier waren wir gar nicht. Oder? Ich wollte nicht so weit weg gehen, ehrlich gesagt. Da waren wir hier schon. Hier waren wir noch nicht. Oder? Da waren wir hier schon. Nee, hier waren wir. Das ist wieder der gleiche Ort, in dem wir waren gerade. Das ist hier. Oh, guck mal. Hier hat's einen Raum voller mit Licht. Oh, die Toten. Von dem braucht doch irgendjemand irgendwie so Nase und so ein Zeug. Dort, wo das Blut fehlt wahrscheinlich. Ey, dort, wo das Blut ist. Dort fehlen sicher Dinge. Ich geb dem jetzt mal... Malcolm Fisher. Oh, fuck, Alter. Stimmt. Die Knochen. Fuck. Welches war denn noch jemand? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaub, der... Der Eintritt des C war, glaub, die Hanselaine Delado. Oh, nee, Alter. Ich weiß auch nicht mehr, welches was war. Nathan Allen. Oh, Quatsch. Kann ich hier alle mit interagieren? Jay, Sherry, Johnson. Also, ich hab nur ne Hand. Carmen Salas. Ich hab... Ich hab nicht nur ne Hand, sondern... Marco Olivier. Alter. Was ist das? Guck mal! Der Locker! Da brauchen wir so nen Pin. Haben wir das nicht vorher irgendwie gefunden? So irgendwie so ne Zahl oder... So was? Ja, das ist die gleiche Zahl wie vorhin. Look at the cops, they hide a secret code. Just pay attention to the blood. I have a secret code. Fuck, ich bin tot, Alter. Oder doch nicht? Ja, ich bin tot. Kann ich mehr rennen. Ja, scheiß, Mann. Verdammt! Bei den... Bei den neuen Toten bin ich auch. Ach, du... Versteckt das? So gut, ey. Hammer. So, da gucken wir gleich wegen der Tür. Türchen, Türchen. Ich finde dich sicherlich nicht. Da bin ich zu weit weg wahrscheinlich, ja. Türchen, Türchen... Ja, ich bin komplett falsch. Oh, jetzt ist es mir kurz angezeigt worden. Einfach dem Strichlein. Ah, hier ist es. Und dann. Hurra. Ach, mein Auge. Ja, genau. Ich habe nur noch fünf Leben, Mensch. Ach, so. Alles klar, jetzt bin ich wieder da. Ja, wir müssen, glaube ich, zurück zum Wings gehen. Alter. Dort, wo wir die Kassette reingemacht haben. Erinnerst du dich? Wüsste ich noch, wo das war? Plus, Minus ist es verlaufen. Ja, same. Irgendwie ich auch. Hier durch? Nein, das ist falscher Weg. Aber ich habe jetzt die Tür gefunden. Diese rote Schlüsseltür. Ah, nice. Wir haben zwar... Natürlich. Natürlich, dieses Gesicht ist wieder aufgetaucht. Ich habe die Kassette gefunden. Hurra. Turn on. Turn on. Turn on. Mach an. Ah ja, hier. Malcolm Fisher. Merkt ihr den Namen? Malcolm Fisher hat ein Ohr verloren. Wir haben das Ohr noch nicht. Wasser Time. Malcolm Fisher. Ohr. Marco Olivio. Eine Nase. Marco Olivio. Carmen Salas. Karma. Das Ei. Mach nochmal an. Ich habe nicht alles mitgekriegt. Malcolm Fisher ist Nummer zwei. Nummer zwei. Mit Ohr. Und Marco Olivio auch Nummer zwei. Nase. Und Carmen Salas hat keine Nummer, lustigerweise. Mit Auge. Alles klar. Also ich habe es. Treffen wir uns wieder. dort, wo wir waren. Danke für den Wasser Time. Habe ich gut gegluckert. Hast du gesehen? Bei mir ist rot. Ich versuche zurückzukommen zu dir. Oh Gott. Hi. Hallo. Wo war denn nochmal unser Weg? Ich suche auch schon die ganze Zeit. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Malcolm Fisher. Das Ohr. Genau, das Ohr. Und Olivia Nase zwei. Genau. Also Nathan Allen. Nathan habe ich gar nicht, lustigerweise. Malcolm Fisher. Lena habe ich nicht. Malcolm Fisher ist das Ohr. Soll ich dann was reinlegen? Ja. Ja. Nee, nee, mach du ruhig. Ich suche noch die anderen. Marco Olivia. Ja, die Nase hier. Nase. Scheiße, verstecken wir uns. Verstecken wir uns. I didn't know you're left-handed in writing. I, I, I'm not. I'm right-handed. But I was just like, mmh. Oh, rein mit der Pille. Ja, ich schwör. Fast more time. Okay, die Nase habe ich hingestellt. Nase habe ich hingestellt. Carmen Salas. Carmen, das Auge. Genau. Scheiße, Alter. What the fuck, Alter? Was zum... Das war der Spiegel! Aber Fuß und Hand hätte ich noch... Fuß und Hand? Mhm. Oh, ne? Fuß und Hand. Ich weiß auch nicht. Das war doch sicher der Spiegel dort. Erinnerst du dich, wo wir das Spiegelbild nicht sehen konnten? Schon wieder Rauch. Was? What the fuck, Alter? Hauen wir ab? Schnell! Ich glaube, das war kein gutes Geräusch. Fuck, das ist eine Sackgasse. Ich weiß auch nicht, wie viel er von deinem Körper schrauben machen müssen, aber nur die rote... Es hat uns gesehen! Kein... Augenkontakt. Nicht... hochgehen. Dann kannst du mal einfach das Fußball probieren. Gehen wir durch. Hand und Fuß. Ja, stimmt. Wo zum Fick ist die andere Tür? Wo ist das Ding, das ich... Das hier... Franken... Wo ist die rote Tür? Ah! Hier ist der Elevator! Oh Gott, das hört sich nicht gut an. Hört sich gar nicht gut an. Wo zum Teufel sind wir? Ich glaube, wir sind falsch, oder? Ich glaube, wir sind echt falsch. Oh no! Krieg in der Kleine... Scheiße, ich weiß nicht, wo wir gehen. Nee, ich hoffe, der hat mich nicht gesehen, wie viel in den Schrank. Der Hund, Alter. Aber noch hat er keine kurze Nase. Scheiße. Oder ist faul, oder irgendwie sowas. Scheiße, Alter. Oh hell no! Ah! Der Hund hat mich gesehen! Fuck, 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 fuck! Mach auf, ach! Ah! Ist hier drin! Voll meine Schrank. Schreckt man sich mal. Drum war. Ah, ich bin tot, Alter! Ich habe keine Ausdauer mehr. Iiiiih! Das war eklig. To be honest, Foxy, I want to see you play in Lethal's Company with your friends. Verdammte Scheiße, dieser blöde Köter. Achtung, er kommt. Yesus! Juhu! Yay! Ich habe es gefunden. I saw some clips of horror plus fun games. Och Gott, Alter. Ich habe nur noch vier Leben. So, mal gucken, wo du hin bist. Mal gucken, wo du bist. Ich finde dich noch nicht. Ich habe dich noch nicht gefunden. Ein bisschen schwieriger, als das ich dachte. Ich habe den Raum von vorhin gefunden. Aber ich habe mich, glaube ich, verlaufen. Ich habe auch in so einem Raum, wo viele Schalter sind. Aber ich kann mich nicht alle an. Ich muss meine, die direkt gereicht. Ich wollte dich finden mit deinen Schalter. Heee! Bin wir zurück? Das ist ein ganz dunkler Raum. So mit grünem. Mit grünem Touch. Oh Gott, ey. Irgendwo in den Näher vom Lift. Ich komme jetzt mal ein bisschen zurück. Bin ich da irgendwo abgebogen, weil es so gleich aussieht. Ja, alles sieht so fucking gleich hier aus. Scheiße. Ich habe keinen Plan, wo ich bin, ey. Ich bin beim Lift. Wo bist du? Ich probiere dahin zu kommen. Oh, oh. Hm. Oh Gott, ich habe irgendwas gehört. Nee, das sind nicht die Schalter, ne? Nee. Ah, ich bin wieder dort. Ah. Ah. Ah, jetzt weiß ich, wo ich bin. Hö. Cool. Wo ist der? Oh, scheiße. Oh Gott. Er ist in der Nähe. sich irgendwo verstecken, Mann. Nein, ich will nicht schon wieder sterben, bitte. Mama. Gott. Nein, bitte, Mama. Ich will nicht sterben. Ich bin nicht hier. Ich bin nicht hier. Ich bin bei den toten Körpern, aber ich habe, ich weiß nicht, wo du bist. Okay, jetzt direkt beim Lift. Okay, ich versuche zurückzukommen. Du weißt doch den Weg, wodurch, oder? Ja, so Plus, Minus in der Nähe vom Lift hier. Ich bin teilweise mit dir gelaufen und dann kam diese Schalter, aber nicht. Ähm. Hier sieht alles gleich aus. Ja, ich glaube, ich bin da in der Nähe. Ja, hier. Ah, yay. Okay, wodurch? Boah, hier sieht alles so fucking gleich aus, Alter. Nee, das ist es nicht. Verdammt. Das Labyrinth, ey, ich schwöre. Das Labyrinth. Aber es waren nachher auch so dunkel, ja. Da hat es so viele Schalter. Hier hat es zwei. Auf der anderen Seite hat es auch zwei. Und hier hinten hat es nochmal eine. Hier ist eine Tür. Man kann nicht alle anders. Hier ist eine Tür. Den, wo du jetzt gemacht hast, ist grün. Bei mir. Das ist schon mal richtig. Der ist richtig. Das machen ein paar andere an. Ich sag dir, welche richtig sind. Okay, schau mal. Die Community sind einfach schwarz und ein paar Lichter im Fall. Hier kann ich nicht. Mal die andere Seite checken. Der geht auch nicht. Doppelnein. Doppelnein. Geht alles nicht. Ich weiss nicht, vielleicht muss auch in einer Reimfolge gemacht werden. Ich glaube schon. Ich mach mal den hier aus. Ah, nee. Ja, das ist wieder rot. Der war gut, oder? Aber vielleicht merkst du den dir. Keine Ahnung. Also ich nehme einfach einen anderen. Ich lasse den mal an und stecke den hier ab. Ja, nix gemacht. Oh, jetzt ist grün. Ja, das ist gut. Jetzt noch einen. Jetzt fehlt nur noch einer, Leute. Das ist auch nicht. Wie ich einfach so rumstehe. Ich mach gar nix. Nee, der ist gut im Gesicht. Ah, so fies. Ich hab jetzt von dem Stalter aufgeschaut. Nein, wie gemein, ey. Oh Gott. Mann, ey. Oh mein Gott. Ja, wir haben nur noch einen. Wenn wir den noch hinkriegen, das wär nice. Noch mal ne neue Tür, die offen ist. Was uns irgendwie nicht weiter... Ah, nein. Gesicht ist gekommen. Aber ich hab einen abgestellt. Und wollte Anlass. Scheiß, Alter. Bist du jetzt tot? Das Gesicht, das wandert irgendwie. Ja, es ist fast zur Ecke rausgekommen. Was ist mit dem hier? Beware. Check. War jetzt grün. Hat das irgendwas gemacht hier? Nee, gar nix. Ja gut, das war nix, ne? Dat war nix. Okay. Gut. Dat war nix. Was ist mit dem dort? Was ist mit dem hier? Hat das irgendwas gemacht? Nee, gar nix. Ja, super. Das war er nicht. Falscher Knopf. Sag, der wieder da. So gut, die Tür gefunden. Nice. Was ist das gewesen? Drei von sein Leben. Gott, ich bin auch so schlecht. Ich glaube, ich wollte den hier anlassen. Der ist falsch. Aber nein, es geht keinen. Oh nein, ich hab mich verheirrt. Scheiße. Ah, da war ne scheiß Auge, Alter. Wo, wo, what the fuck, Alter, nein. Ah, ich hab die Tür verloren. Ah, hier ist die Tür. Nein, verdammt. Wo ist die Tür? Ah, hier, hallo. Hi. Oh Gott. Das ist die Tür mit den Lämpchen, die ist da hinten. Ach, na Gott sei Dank. Du hast sie gefunden. Gut. Soll ich jetzt mal gucken? Ja. Welche Sichtrückung und so? Der ist an. Den haben wir gesagt. Der ist richtig. Grün, grün. Dann, oh Gott. Dieses Auge. Ja, Alter, es waren da wirklich. So, ähm. So, hier. Das hab ich noch nicht angemacht. Das ist mit dem. Oh. Jetzt sind alle grün. Jackpot. Jackpot. Einmal geschafft. Hurra. Das war einfach. Hihi. Okay, ich bin bei dir. Willst du auch machen? Open the door. Cool. Oh, oh. Oh, vielleicht können wir... Ja. Schutzanzug. Schutzanzug. Wie geil, Alter. Oh. Look at me. Look at me. Woohoo. Woohoo. Jetzt können wir in den komischen Raum gehen. Wie geil. Hoffentlich hat da noch jemanden Hammer oder so. Boah, das sieht mega. Pickup Geiger? What the fuck? Geigenzeller. Huh. Interessant. Ist ja auch so ein Geigenzeller. Ja. Und so ein Pickup. Da auch ein. Aha. Ein Feuerlöscher. Interessant. Oh yeah. Wow, nice. Jetzt können wir endlich in den komischen Raum gehen. Und Medizin darf. Oh, oh. Im anderen Raum ist der Hund. Im anderen Raum ist der Hund. Brauchst du noch Medizin? Nein, nein. Ich kann gar nichts mehr nehmen hier. Aber das Spiel dauert auch extrem lange, ne? Krass. Ja, schon. Ja, schon. Frau, wenn alles gleich aussieht und du denkst... Boah, richtig schlimm, ey. Oh mein Gott. Okay, okay. Kommst du? Nimmst du auch ein Dings mit oder nicht? Ich hab schon einen. Ah. Lol. Ich bin die Einzige, die es anhat. Ich hab den Hund gesehen. Der war vor der fucking Tür, Mann. Der war vor der Tür. Scheiß Hund. Scheiß Köter. Wo bist du hin? Da ist schon wieder die Scheiße, Alter. Mann, der steht genau vor der Tür. Wie sollen wir das machen? Bist du noch hier? Ja. Wo bist du? Ah. Hi. Alter, der Köter, Mensch. Kannst du dich auch ein bisschen Köter leiden? Geh weg. Du bist ein Wachhund. Verpiss dich, Wachhund. Brauche dich nicht. Er ist weg. Hurra. Wie war das Schleich, Schleich, Schleich. Das hat sich sehr nah angehört. Okay, gut. Einfach keine lauten Geräusche machen. Keine lauten Geräusche. Hallo. Hallo. Schön ruhig bleiben. Wuhu. Okay. Gut soweit. Schön am Leben bleiben. Ja, wo zum Teufel müssen wir hin? Ah, hier. Guck mal. Jetzt gehen wir wieder zurück. Komm. Gehen wir dort, wo da Spaghetti-Mann war. Oh, mir gefällt das nicht. Wollen wir rennen? Und hau her. Wo bist du? Bei dem langen Gang. Ah, hier, komm her. Ich bin schnell in den Chat geschaltet. Oh mein Gott, der kommt hinten. Geh mal, geh mal. Der kommt von hinten. Ich habe ihn gesehen. Oh Gott. Tschüss. Jetzt kann ich hier drin bleiben. Wie cool. Niemand kann mich mobben. Niemand kann mich mobben. Also, guck mal, was hier Schönes hat. Mir fällt nicht, dass es so rot hier ist. Schuhe. Schuhe. Naja. Gute Sachen hat es hier. Dieses Geklempel. Ja, lol. Da war doch noch mehr. Ich bin doch als Geist hier rumgegangen. Sollte mehr sein. So ein Schaukelpferd. Ein Schaukelpferd? Hier ist ein Spielzeugpferd. Hier ist irgendwo noch ein Boot. Mal gesehen, so. What the fuck is das? Ich habe eine Maske gefunden. Ich habe noch einen Teddy. Oh, guck mal, eine Taschenlampe. Ah, nee. Keine Ahnung, was das war. Ich dachte, das ist eine Taschenlampe, aber nee. Das sieht voll so aus, ja. Ein Stuhl. Ein Müll. Hier gibt es viel zu viele Sachen. Da gibt es auch irgendetwas. Was ist das aufheben? Motten. Wo ist ein Tor? Mottengelee habe ich gekauft. Ah, okay. Mottengelee. Mottengelee. Oh, oh. Das hört sich nicht gut an. Okay, das ist schon besser. Naja, gut. Gute Sache. Gut, dass du weggegangen bist. Das wollten wir nämlich. So. Hä, wo zum Teufel ist die Tür? Hier verwirrt man sich viel zu schnell. Gute Frage. Was ist dort hinten? Hier ist nur ein Sack Müll. Ich bin froh, dass wir jetzt so rumlaufen können, ehrlich gesagt. So ist es viel angenehmer. Es ist schon ein großer Raum, ne? Da gibt es auch noch was. Da ist... Da waren wir schon. Hier ist die Tür! Ich habe es gefunden. Ich habe das Schaukelpferd gefunden. Ich habe das auch nur so ein Möbelstück. Das kann man nicht auf. Brauchen wir schon wieder eben. Das brauchen wir das Dienstbums. Hier ist ein Teddy am Boden. Ich kann nichts damit machen. Hm. Und jetzt? Jetzt brauchen wir so eine blöde Karte. Ich bin froh, hier geht es mir da. Na toll. Ich hasse es. Wir bleiben immer stecken, ey. Oh, eine Schaukel. Verdammt. Ja und jetzt, ne? Verdammt. Hallo, wir wollen hier rein. Dude. Open the door for us. Sieht aus, als ob wir das Kopf durch die Tür stecken und so reinschauen. Da kann ich so radioaktiv messen. Hey, wir haben ja noch so ein Gerät. Was muss machen denn das? Also sollen wir dorthin gehen, wo es am radioaktivsten ist oder was? Hier ist nix. Ja, da ist alles schlau und so. Da ist nix und so. Ja, ich schwör, hätte ich auch gerade gedacht. Wo ist EMF hier? Was hört sich hier so komisch an, hier? Hm. Hier ist irgendwie nix. Ein großes EMF-Veranzeigung, ehrlich gesagt. Ja, ja. Nix groß am EMF. Nee, nee. Nein, nicht sehr viel. Sehr viel Aktivität, würde ich jetzt mal meinen. Hm, was haben wir denn das? Nichts angezeigt wird. Man hat nur kurz geknistert hier in der Ecke. Knister, knister, back, knäuschen. Das knabbert in dem Häuschen. Das Bild hat das auch noch ein bisschen. Das ist ein einzig, was immer weißt du, ne? Eine Keycard gibt es noch, oder so? Ja, eine Keycard müssen wir noch finden. Das ist vielleicht ein rote Schlüssel für eine rote Tür. Ja, ja, wir müssen noch ein bisschen was finden. Ich glaube, wir haben es bereit. Was meinst du, müssen wir vielleicht auch raus in den radioaktiven Raum und was anderes Radioaktives suchen? Boah, aber mir wird echt schlecht, wenn ich das noch weiterspiele. Ich spiele mal mit dir, Mann. Tschüss, Alter, Quais. Oh. Oh. Was ist nach vorne? Oh, oh. Alles ist müde. Ist nix bei mir, also echt. Ja, was meinst du, wollen wir an dem Punkt mal Pause machen? Was anderes zocken? Was lebhafteres, der bei Daylight? Können auch, wie du willst. Irgendwie, mein Herr wird langsam müde, wenn es nicht so viele Jumpscares eben hat. Ich glaube, vielleicht, wenn wir das nächste Mal nochmal kommen, haben wir vielleicht ein bisschen mehr Brain dafür. Ich dachte jetzt nicht, dass das Leben sich so viel sieht, ey. Heftig, heftig, ne? Ich dachte auch nicht, ich habe nur mal so im Eingangsbereich den ersten Raum gefunden. Ich schoue. Das war ziemlich neu und so. Ja. Keine Ahnung gehabt, was machen. Das, dass wir jetzt beide so planlos waren am Anfang, haben sie auch recht gut noch gefunden. Ich schoue, ich finde es auch, wir haben es recht gut. Vor allem du hast da voll die Rätsel geknackt und voll das Herz. Genau, genau, genau. Aber, aber wollen wir vielleicht in den... Es funktioniert soweit und ich denke, nächstes Mal mit neuer Energie gehen wir da in die zwei, drei Räume nach. Oh mein Gott, der Raum wird schon wieder rot. Ich bin einfach so der Angsthase in dem Game, ey. Ich bin so der Schisser.